Hi Leute und willkommen zurück bei 7 days to die und es geht direkt weiter mit der nächsten Folge. Also viel Spaß, eure Lissi. Was? Dir ist übel und du hast blutigen Durchfall? Geht denn jetzt für den Film? Shit. Wer hat denn unsere Tür kaputt gemacht? Ach ne, die Tür ist noch auf, okay. Die Tür ist nur offen. Ich brauche Antibiotika, um die Krankheit zu heilen. Ich werde mal hier in den Wald hineingehen, um da ein paar Bäume zu fällen. Minus 5 Gesundheit alle 60 Sekunden, das heißt, ich sterbe daran. So, ich habe meinen ganzen Kram wieder. Antibiotika. Ne, aber ich war hier nicht in der Stadt irgendwo welche. Antibiotika. Warte mal, wie konnte man das nicht? Ich hatte nur Honig. Konnte man das... Ah, scheiße. Boah, Entschuldigung. Konnte man das nicht irgendwie herstellen? Warte, ich komme mal schnell zu dir. Warte mal kurz. Ich muss mich erst mal equippen. Ach ne, das bist du, Lissi. Ja. Guck mal, hier oben ist ein Berg. Ja, ich habe es schon gesehen. Ich muss mir erst mal meine Klamotten anziehen. Weil das ist jetzt gerade mal kurz wichtiger. Also, jede Minute verliere ich 5 Leben. Oh, scheiße. Scheiße. Vielleicht finden wir noch irgendwas schnell in der Stadt oder so. Ich weiß es nicht. Ich gehe gleich eventuell rennen, wenn ich das schaffe. Aber obwohl, geht nicht. Meine Ausdauer geht schon nicht runter. Ich gehe, ich komme mal kurz ins Haus rein und trinke ein Bier. Pusht du die Ausdauer hoch, ne? Ja. Ich kann nicht rennen und hier ist der brennende Zombie. Er schiegt genau vor der Tür. Ja, ich komme jetzt mal dazu. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Moment, Moment, Moment. Ist das der brennende Zombie? Ja, das ist der brennende Zombie, oder? Ja. Komm, halt still. BÄM! Ja, sehr schön. Warte mal, lebt er noch? Ne, der ist tot. Vielleicht hat er Antibiotika dabei. Nö, Brandopfer hat nichts dabei. Guck mal, der hier. Ich sehe es. Zack. Spinnen-Zombie. Hä? Der hat ein Blei-Trophäe dabei. Ansonsten nichts. Na, ich gebe mir wenigstens, äh, das Bier reinhauen, damit ich, äh, ausdauerbar, bei euch. Ey, ach so, jetzt doch. Ich wollte gerade sagen, geht Sprit jetzt überhaupt nicht. Ich gucke mal, ob ich hier irgendwie ein Haus finde oder irgendwas. Vielleicht, vielleicht doch, irgendwas Interessanteres. Also, da, da ist doch was. Was ist das? Das ist Shamway Foods. Ja, da war ich schon drin. Das ist ein Supermarkt. Habe ich leergeräumt. Sicher? Komplett warst du da drin. Ja, aber alle paar Tage kommt noch neues, ähm, neue Sachen dorthin. Ja, aber das geht, glaube ich, nicht so schnell. Okay. Ne, du warst nebendran. Du warst in einem, du warst in einem anderen Dings nebendran. Okay. Okay, da ist ein Sandwich gewesen. Warte mal. Ja, du warst in dem Gebäude. An der Wand. Ja, du warst in dem Gebäude nebendran. Das heißt, ich breche hier mal schnell in den Laden ein. Komm schon. Ich gehe natürlich logisch halt jetzt auch nochmal raus und versuche zu suchen. Lisa, an die Arbeit. Mach irgendwas. Ja, bin gerade die ganzen Kakteen am, äh, zerkleinern. Ja, ich hoffe, dass die Tür hier bald aufgibt. Wie gesagt, wenn er dir einen neuen Hammer jetzt bastelt, müsstest du ja auch einen stärkeren basteln. Ich habe ja, habe ich ja auch gar nicht. Ich habe jetzt ein Level 9er oder ich nenne es auch mal Level 9er Hammer. Ja, ich habe ein Level 25 im Moment. Achso, okay. Ich habe immer noch Level 1. Was soll das? Ja, werf den weg oder mach den so lange, äh, also hau mit, so lange damit damit drauf, bis er kaputt ist und dann baue. Oh, nee, nein. Ah, okay. Wieso sagt mir das denn keiner? Habe ich dir gestern schon gesagt, aber... Ja, gestern. War gestern. War schon gestern. Ja. Muss mal überlegen. Komm schon, ich brauche schnell eine neue Steinarzt. Du bist hier bei Shenways Fuß, okay. Ich kann auch nicht rennen, weil der Fuß bei mir verstaucht ist. Ach, ich stauche die Hacke. So, ich suche schnell. Was haben wir denn hier? Getränkeschrank. Da haben wir Wasser und Wasserflaschen. Äh, gibt es hier irgendwo ein Medizindingsi? Was ist das? Getränkekühlschrank. Da ist dreimal Bier drin. Da ist nichts drin. Aktenschrank ist auch nichts drin. Scheiße. Schon was haben wir da? Gib mir irgendwas. Papier. Ein paar Papers. Komm schon. In der Registrierkasse ist Papier und irgendwelche komischen Dingsis, die wir nicht brauchen. Ähm. Halt, da ist noch ein Einkaufswagen. Bitte, komm schon. Bier. Hey, noch mehr Bier. Hält die Hacke dann jetzt länger, oder? Hält auch länger, genau. Ah, okay. Jetzt, je nachdem welches Level das ist, nicht unbedingt merklich, äh, viel länger, aber... Ja, Level 13. Ja, doch. Oh mein Gott, ich hatte vorher Level 1. Ich glaub das nicht. Ich glaub, ich bin tot. Mist, 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 Mist. Hier ist aber auch nichts mehr, ne? Das ist so zum Kotzen. Hier ist kein Medizinschrank, gar nichts. Da ist so ein fetter Zombie ausgerechnet. Ich guck jetzt einfach mal da drüben. Oh, ich hab ihn noch getötet, aber ich bin selber fast tot. Jetzt ist es bei mir vorbei. Bist du noch in der Nähe von dem Gebäude? Ich hab so gut wie keine Ausdauer mehr. Weißt du, was ich nehmen kann, sind Schmerztabletten? Ach nee, hier ist so eine dicke, fette Pflege. Nein! Ich bin tot. Scheiße. Na, verdammt, ich muss wieder nach Hause gehen. Ich hab einen Magnum-Griff gefunden, der ziemlich respektabel ist, aber ansonsten noch gar nichts. Oh, oh. Shit, shit, mein Bein ist verstaucht. Ah, dass das immer passieren muss. Wie gestern auch schon erwähnt, dass die darüber nachgedacht haben, erscheine auf dem Bett, ne? Ja, komm mal auf dem Bett, ja. Wenn wir nicht Klamotten holen gehen, egal, ich hab jetzt keinen Hunger mehr. Aber was, 74 leben und 74 ausdauern nur? Ja, weil das wird dir ein bisschen abgezogen. Wenn du dir ab und zu mal was isst oder so, dann geht das auch wieder hoch nach einer Zeit. Ich hab auch nur noch 70. Ich hab nur noch 89. Nur noch. Ja. Immensationsweiße, nur noch 89. Hm, total. So, ich brech jetzt noch mal hier in die Bücherei ein. Vielleicht finde ich weiß. Bei Lisa wäre das am besten so. Sie muss direkt mit Leben 1000 und Ausdauer 1000 starten. Ja. Das wäre aber irgendwie lane. Oder wir sind endlich. Ja. Ja, voll lane. Was? Drücken und Beispiel. Oh, scheiße, ich hab Beistelltisch gefunden. Das wollte ich jetzt aber gar nicht. Deko. Was ist das? Deko, Fass uns fein. Meißsamen. Vergiss es, die nehme ich für mich. Hey. Weil ich was für eine Art, der will. Ja. Ach komm schon. Ich riss hier draußen meinen Arsch. Du warst kein Frosch. Quag. Zu spät. Wo ist denn jetzt eigentlich mein... Ey, wie weit bin ich gelaufen mit dem kaputten Bein? Ich weiß es nicht. Ich finde lauter Papier, aber ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Ja, hab auch ganz zu viel Papier. Also man kann es benutzen für Rezepte. Hast du ganz viele Papier? Ja, ich hab ganz viele Papers gefunden. Ich bin hier gerade in der Bücherei und nehme die auseinander. Ja, da könntest du, äh, in der Bücherei habe ich auf jeden Fall, äh, drei Baupläne oder wie heißt das gefunden gehabt. Könntest du vielleicht auch Gutes finden. Ja, ich guck gerade, ob ich irgendwas finde, aber bis jetzt nur Schrott. Ich renne mal in die Mojave rein. Ich guck mal, ob es hier irgendwas gibt. Oh, ich hab was gefunden. Bauplan für die Schrotflinte. Sag ich ja. Neues Rezept freigeschaltet. Schrotflinte. Sehr schön. Ich finde lauter Papers. Ich hab noch einen Bauplan für eine Schrotflinte. Noch einen, denselben oder wie? Ihr habt denselben. Okay. Kannst du dann Lisa geben? Ja. Vielleicht finde ich ja noch einen, dann kriegt jeder ein. Dann wäre ich auch cool. Außerdem, wieso soll ich einen Lisa geben? Ist es besser, wenn ich einen dir gebe, oder? Du bist so die ganze Zeit draußen. Ja, aber falls sie sich ja verteidigen muss, ich hab eine Pistole. Achso, naja, gut. Ich renne immer noch einen Bogen. Wenn es sein muss, dann rufe ich meine Brüder. Genau. Und ich renne immer noch einen Bogen rum. Na, ich renne hier jetzt erstmal in der Mojave rum. Oh, hier ist Grünland. Was haben wir denn hier? Fleck daran, Baumwolle mit. Ja, genau. Baumwolle mitnehmen, ist immer geworden. Ja, bin ich dabei. Ich habe auf jeden Fall schon einiges an Baumwolle gefunden. Ah, Vogelnester. Ein Ei. Oh, ja, die brauchen wir auch unbedingt. Oh, cool. Ich habe eine Dose Nudeln gefunden. Wow. Hey, besser als gar nichts, oder? Natürlich. Wenn ich bedenke, wenn ich bedenke, gestern, wo wir da halt gespielt hatten, wie froh ich war, als ich flüssig Waffe gefunden habe, das sauber ist. Ja. Ich verstehe das nicht, weißt du, als ich vorhin alleine, mal gespielt habe, um mich einzuspielen. Da hatte ich genug Wildbret und so für, keine Ahnung, alles mögliche. Ganz kurz, ich muss euch unterbrechen. Ich bin 50 Meter entfernt von dem Abwurf. Blau. Hol ihn den. Ich hole ihn mit. Ich habe einen Medizinschrank. Ach, verdammt, da ist nur ein Bauplan für den Verbandskasten. Jawohl. Also, wir haben schon mal einen Messbecher. Wir haben einen Messbecher. Wow. Das ist schon mal sehr gut. Ja, zum Kochen. Warum sagst du einfach wow mit einem Lachen? Was soll denn das, Lisa? Was soll die Unverschämtheit? Ja, einfach nur, einfach nur wow. Ich habe doch gar nichts gesagt. Doch, weißt du, wie du das gesagt hast? Hör mal bitte ganz genau hin. Wow. Ja, tut mir leid. Habe ich vertan, ja? Ja, die, bei der Lisa, die denkt, bei der Lisa, die hofft natürlich sofort, dass da ein Maschinengewehr mit zehnten Magazinen drin ist. Ja, und im Fernsehen auch noch ein paar Bilder, Gemälde. Nee, sie hört nur, wenn sie hört, von wegen, da ist eine Abwurfkiste, dann ist das erst so, woran sie denkt, ist einfach nur, ja. Ja, Lootgeiern. Gehört mir. Gebührt nicht euch, gebührt mir alleine. Ja. Ja, der zweite Medizinschrank, in dem nichts drin ist. Fünf Vogelnister habe ich hier. Eier, weder, Eier, Eier, Eier. So ein Geier. Ich habe eine Toilette durchsucht und da ist natürlich eine Flasche trübes Wasser drin und zweimal menschliche Scheiße. Ja, das habe ich auch schon gefunden. Ich habe dann einfach so ein Geier. Ich habe dann einfach irgendwo in die Ecke gekackt, habe ich da hingelegt. Was ist das denn hier? Was, ekelhaft? Ekelhafte Scheiße, heb sie nur am sauberen Ende auf. Du kannst sie auf einen Freund werfen oder damit Zombies ablenken. Auf einen Freund werfen. Kein Schwein essen, äh, kein Schwein essen. Ja, aber, 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 ne, ich bin kein Türke auf jeden Fall, das schon mal nicht, aber, ähm, aber man hat gesagt, wenn nichts anderes da ist, dann darfst du auch Schwein essen. Also, also, wir haben gerade eh nichts anderes. Hey, was ist das für ein Back, da kriegt das einfach den Baum hoch. Hä? Geil, geil. Ja, okay, jetzt nicht, jetzt rennst du wieder weg. Geil. Spider-Schwein. Wisst, ich habe zu viel Zeug dabei, ich weiß nicht, was ich verbraten soll. Also, ich habe den Schwein jetzt so ungefähr zehn Schläge gegeben, es geht immer noch. Hätte er mir aus als ein Zombie. So kann ich das denn nicht mit dem, hä? Hey, das kann ich nicht wegschmeißen. Hm? Den, den Scheiß wegschmeißen? Ja, den Scheiß. Ey, das Schwein ist entkommen, das ist unfair. Ich habe mich gefreut, dass wir ein bisschen Fleisch haben. Was passiert denn, wenn wir so ein Auto zerlegen, was kriegt man da für Bauteile? Benzin und einiges mehr auf jeden Fall. Aha. Ja, weil ich habe zwei Schraubenschlüssel gefunden, die werde ich mal behalten. Ich komme aber jetzt erstmal wieder zurück. Ja, wir haben eine Fliege vor der Tür. Ja, okay. Ich sammle erstmal noch. Habt ihr euch mal die Beschreibung von Glasscheibe durchgelesen? Nein. Nein. Glas ist eine großartige Erfindung, die Licht reinlässt und den kalten Wind fernhält. So, wenn du jetzt aber zerbrochenes Glas hast, ne? Da heißt es dann nämlich, kann an einem Schmelzofen zu Glas verarbeitet werden und wenn die Zombies die Überhand nehmen, als Notlösung verwendet werden. Ne, beendet das Leiden, wenn die Zombies die Notlösung, die Überhand haben oder so ähnlich. Quasi, weil du die verschlucken kannst und verursacht innere Blutung. Da unten eine Abwurfkiste, die ist ganz in der Nähe. Die ist rot. Ich sehe es nicht, leih. Ich bin auf dem Weg. Okay, gut. Du gehst hin? Ja. Äh, hä, wo ist denn unser Haus? Ach, da! Hä? Wieso verschwindet das hier zu einer Karte? Ja, aber... Ja, die bleibt... Das war nur dafür da. Ja. Du hast ja gesehen, wo die gelandet ist, oder? Wo ist die Fliege? Ja, die ist weggeflogen. Oh, ich bin jetzt tot. Winke, winke. Goodbye. Wieso dann? Tot. Ja, ich hatte nichts mehr zu essen, nichts mehr zu trinken, oder? Irgendwas ist passiert. Ihhh, scheiße! Was läuft? Hast du mein Blut gesehen? Ich habe die verdammte Riesenfliege angegriffen. Ach so. Kann man... Kann man die essen? Nein. Schaut machen, ja. Essen, nein. Was ist das? Großteil. Verrotteres Fleisch, ja. Essen wieder meine Klamotten anziehen. Ich will die jetzt unbedingt haben. Oh, bist du nackig? Ja. Kommen Sie bitte zurück. Ich bin auf dem Weg. So, was ziehen wir denn jetzt hier an? Okay, jetzt... Jetzt Spaß beiseite. Wo ist die verfluchte Kiste? Wärmedämmung? Das weiß ich nicht. Okay, so. Ich habe... Benzinfass. Benzinkanister. Ich habe zig Gläser gefunden. Ich habe 30... Nee, 36 Gläser gefunden. Na, zum Seen und auch... Äh, äh, auffüllen. Ja, mache ich dann auch gleich. So, ähm... Baumwolle. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast. Du musst da so außen stehen, darf nicht im Wasser stehen sonst. Ja, das... Das weiß ich. Okay. Ich habe eine Batterie für Autos. Wofür sind... Äh, Bleibatterie für Autos. Habe ich ja nicht rausgefunden gestern, ne? Nee. Also hat man gar keine... Leib war das... Oh, Korn habe ich gefunden. Ja, Korn hatte ich auch gefunden, ganz am Anfang, aber... Ist verloren gegangen. Ich werde... Ich hatte... So, das ist der eine Schraubenschlüssel. Das ist der andere Schraubenschlüssel. So, die können wir mal aufheben gebrauchen. So, was haben wir hier? Da haben wir noch Bier. Ich habe noch vier Flaschen zauberes Wasser. Ich werde auch mal ein bisschen was bunkern. Zur Sicherheit. Dose Hundefutter. Dose Nudeln. Hä, wo ist die Nudeldose? Hä? Ach, verdammter Mist. Ich finde die Kiste nicht. Und ich finde meine Dose mit Nudeln nicht mehr. Scheiße. Shit, die Nudeldose ist weg. Nudeldose ist einfach weg, oder wie? Ja, ich hatte eine und jetzt ist sie weg. Okay. Und ich werde jetzt auch mal mein Dach endlich fertig machen, damit ich... ...wann nicht immer... ...im kalten schlafen muss. ...im ganz alleine. Egal, ich habe... ...also, Devil, wenn du nicht dagegen hast, ich kann meiner Nacht rüberkommen ab und so. Ja, gerne. Kannst mich warm halten. Können Löffel schon machen. Von hinten. Ich habe gesagt, okay. Bist du hintenrum auch gut verarbeitet? Ja, wir wechseln uns dann einfach ab. Riesenschweinerei. Was die Leute wohl denken, gerade. Hm, nicht viel. Man wird auch mal einsam in der Survival-Apokalypse. Richtig. Deswegen... ...gegen wir alle... Ich bin genehm. Devil, hilf mir! Wo bist du denn? Ich brauche Hilfe. Wo bist du denn überhaupt? Ich glaube, der Kacke. Ich bin irgendwo im Nirgendwo. Ja, du wolltest doch den Vorrat abholen, oder? Ja, ist weg. Ja, wie weg? Frag jetzt nicht, wie weg. Ich wusste es. Wie weg? Ja, wohin weg? Ich habe aber irgendwas... Warum weg? Sag mal... Warte, sag mal bitte kurz. Nein. Herausforderung. Du bist nichts Besonderes. Ich habe eine Herausforderung. gefunden. Wow, du bist nichts Besonderes. Das ist eine super Herausforderung. Hör zu, du Arsch. Du bist nur noch am Leben, weil ich dich mag. Ganz recht, wir beobachten dich. Wir können jemanden mit deinen Talenten gebrauchen. Wenn du also diese kleine Aufgabe erledigen kannst, schaffst du es vielleicht ins Team Crazy. Ich bin sowas von durchgeknallt, aber so gefällt es mir. Crazy Jake. Töte ein paar besondere infizierte Zombies. Akzeptieren. Ach so, du hast eine Quest bekommen? Wo hast du dir denn her? Gefunden einfach einen Müllsack auf dem Berg. Okay. Lol. Optionale Zeit. 8,30 Minuten. Töte Spinnzombie. Töte infizierter Polizist. Töte wilder Streuner. Töte Schreier. Zombie. Töte... Was? Brandopfer. Ach so. Brandopfer und Spinnzombies gibt es bei uns. Und die Polizisten, das sind die Fetten. Oh, hier ist ein Bär. Ich verpiss mich, ich war niemals vier. Ich fall den Berg runter. Das geringste gesehen. Okay, nicht runtergefallen. Die habe ich auch mal in die Woche. Ja, ich habe noch meine Eier dabei. Zwei Eier? Ach so. Ne, ich habe vier. Ach so. Ja, in so einer Zeit, ne? Ja, in so einer Zeit, so mit so radioaktive Seuchten und so. Man weiß ja nie. Aus den Eiern wachsen Eier. So. So, ich habe mir doch noch was Hübsches mitgebracht. So. Ich hatte mir nämlich noch was mitgebracht hier aus dem komischen Büchereidinge. So, wie war das? Oh, ich habe, was habe ich? Kurzes Eisenrohr, das braucht man doch schon immer, ne? Äh, ich habe schon drei Stück. Okay, ich habe eins jetzt noch gefunden. Gut, dann haben wir vier. Dann können wir bald eine Werkbank machen, wenn wir noch eins finden. Ah, sehr cool. Weil wir brauchen nämlich erstmal den Ofen. Und der braucht auch nochmal einen. So, funktioniert das? Geil. 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 Vielen Dank.